Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Jetzt muss ich erstmal wieder nachdenken. Ich bin etwas nah am Mikrofon dran. Ich muss das mal gerade beheben. So? Ich glaube, das ist so besser. Zu meinem... Nee, ich bin immer noch so laut. Was ist denn los hier? Das schlägt voll aus. Ich weiß nicht warum. Na gut. Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Super Mario Land 3 Vario Land 1 Yay. Ich hab's geschafft. Das schlägt übel aus. Ich weiß nicht warum. Was ist da los? Ich will mir das gerade mal ganz kurz angucken. Okay, wir machen einfach mal. Ihr werdet ja sehen, wie es dann am Ende aussieht. Ja. Weiß jetzt nicht so ganz genau. Wie wir hier so fortgefahren sind. Was wir hier schon alles geschafft haben. Weil wir haben heute den 9.6. Ich habe jetzt schon ganz lange nicht mehr aufgenommen. Das Spiel. Ich habe auch allgemein ganz lange nicht mehr aufgenommen. Weil ich Ende Mai und den 1. Juni hatte ich Abschlussprüfung. Deswegen habe ich dafür ein bisschen gebüffelt. Und deswegen nehme ich jetzt erst wieder auf. Und ich weiß nicht so ganz, ob ich mich freuen soll. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich weiß jetzt nicht warum der gerade hier steht. So mittendrin. Ob wir da irgendwas... Weiß ich nicht. Oder gab es da irgendein Schätzchen oder so? Ich weiß nicht. Wir machen erstmal hier den nächsten. Das nächste Ding. Mal gucken, was da jetzt so auf uns zukommt. Okay, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Direkt schon wieder das Großsein verloren. Okay, töten können wir den nicht. Einfach mein Herz hier. Lass mich nicht in Ruhe. Aber da unten ist bestimmt was ganz Tolles. Kann ich mir vorstellen. Oh. Hm. Huh. Ach, das ging ja. Ich habe gerade... Ich musste gerade gucken, wie sehr das Auto irgendwie ausschlägt. Fuck you. Okay. Wow. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ihr hier seid. Ein Herzchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier einen Stern gab. Vielleicht habe ich den auch schon genommen. Beim letzten Durchgang oder so. Nee. Ich habe heute Morgen... habe ich etwas ganz Tolles da nicht erfunden. Was ist denn hier kaputt? Warum war hier eben so ein Fail-Ding? Ach, nö, komm. Ja, wenn das so ist, dann hole ich mir jetzt das Ding, was hier war. Und zwar... Und zwar... habe ich... Knuspermüsli, heißt es, glaube ich, von Köln. Ach, jetzt auf einmal ist hier doch eins. Oh, na gut. Wie du willst spielen. Wie du willst. Knuspermüsli von Köln. Und, ähm... Nö, das lasse ich da, wie es ist. Da möchte ich eigentlich schon ganz gern hin. Ach, für ein Herz. Nein! Schnell hoch. Wow! Ähm... Knuspermüsli von Köln. So. Ähm... Mit... Wie heißt das Zeug? Joghurt und Zitrone. Also, es sind so kleine Joghurtblättchen. Mit... Zitronen. Also, ein bisschen säuerlich schmeckt es halt. Also, es ist sowieso total lecker. Und dann habe ich mir, ähm... Gestern... Habe ich... Wow! Gestern habe ich mir... Wie? Ähm... Alpro Kokosnuss gekauft. Also, es ist so ähnlich wie Kokosnussmilch, nur aus Sojamilch und mit Kokos drin. Keine Ahnung. Ähm... Da habe ich nämlich gestern Pfannenkuchen von gemacht. Und die waren sowieso sehr lecker. Ähm... Woher habe ich mir da kommen? Machst du dit mal in dat Müsli rein? Es hat so lecker geschmeckt. Alter Vater. Das werde ich jetzt immer essen. Boah, das war knapp. Ah! Ich wette mit euch. Ich habe das noch gebraucht und die Autos da draußen. Geht mir voll aus. Was bist du denn für einer? Hm. Boss! Das ist so böse! Alter! Ich habe mich schon gewundert. Hä? Schon kaputt? Nee, 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 nee. Ups. So, das möchte ich jetzt gerne behalten. Fiep, fiep. Achso, wir haben halt... Ich habe mir extra so eine Trink-App runtergeladen, die mich jede Stunde daran erinnert. Was zu trinken können. Weil ich trinke viel zu wenig. Aber dran halten tue ich mich auch nicht. Damn! So. Ah, nee. Jetzt noch nicht. Du bist mir ein komischer Kauz, ey. Kann man nicht mitnehmen? Nee. Ja, genau. Halt mal deinen Arm so nach oben. Okay, wir müssen bestimmt in seinen Rücken. Wir könnten ja anscheinend einfach... Einfach da schon hin. Cool. Was ist denn jetzt in dem... Was war denn da jetzt? Okay. Wenn uns bei Devas fehlt, dann denke ich mal, dass das in dem einen Level war. Nein! Ich möchte wieder zurück... Ja, dahin. Lustig. Ich mache das Level jetzt nochmal. Ich will wissen, was da passiert, wenn ich durch den Exit da gehe. Kann doch nicht sein, dass da irgendwie einfach so ein Ding ist. Oder es war halt einfach nur ein Fail irgendwie vom Spiel. Weil es hat ja am Ende eh ein bisschen für den Leben rumgefehlt. Aber... Guck mal hier. Was ist denn hier? Aha. Eine Riesenmünze. Hat die jetzt 100 gebracht? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich bis hierhin schon 50 Münzen eingesammelt habe. Das ist ja der Burner. Und ich habe heute wieder ganz viel Geld bei meinem Autohändler liegen lassen. Weil war nämlich Inspektion und... Ähm... TÜV. Ich bin so froh, wenn ich kein Auto mehr habe. Obwohl... Autofahren macht Spaß, aber halt die ganzen Kosten, die gehen mir tierisch auf Ei. Weg mit der. Ja, kommt das Herz nehmen wir noch mit. Uh! Nehmen wir auch noch mit. Hier unten fehlt was. Warum auch immer. Ähm... Jetzt ist der schon wieder weg. Das ist voll am Rumfailen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch hier für das Projekt brauche. Aber jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit. Ich habe zwar noch Schule. Ähm... Ich gehe aber nicht... Also wir dürfen auch achtmal fehlen irgendwie. Und eigentlich würde das ausreichen, wenn ich jetzt nicht mehr hingehe, weil ich nur einmal gefehlt habe. Und das war... Oh, fuck. Ähm... Das war in Deutsch. Weil ich mich da auf Mathe vorbereitet habe. Weil ich mir gedacht habe, komm, wir machen in Deutsch eh nix. Kümmerst du dich mal um Mathe? Von daher... Ja, aber ich gehe halt trotzdem noch ein paar Mal hin. Jedenfalls englisch und... Was war das? Ach so. Man hätte ihn gar nicht besiegen müssen. Ähm... Ja gut. Ähm... Ich weiß nicht mehr, was ich erzähle, was am erzählen war. Guck mal hier, wir haben fast tausend. Schön. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Leben wir haben. Äh... 24 Leben haben wir. Durch... Wahrscheinlich durch den Boss da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir hier hin müssen. Ach, genau. Da war was. Da ganz oben kriegen wir, glaube ich, den Schlüssel. War das nicht so? Ups. Nicht kaputt machen. Kein Schlüssel? Dann haben wir das hier schon. Oder fehlt mir das im T-Pod? Zurückkomme ich? Komme ich zurück? Ne. Zurückkomme ich nicht mehr. Wow. That was very close. Oh, dann ballern wir das Ding hier jetzt noch durch, ne? Oder auch nicht. Aber da hatte ich letztens auch schon Probleme. Ähm... Da weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich mir nochmal das Video angucken. Mann. Ich muss das alles immer auf 100% direkt machen. Sonst... Oh. There's a key? Is this key the key to, äh, treasure d, oder was das war? Das wäre natürlich der Burner. Wahrscheinlich ist das der treasure to, 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 the, äh, the key to treasure d, äh, weil wir waren ja eben Level und da hätt's ja eingegeben. Ähm, ein treasure. Ähm, das ist jetzt doof. Okay, ich hab eigentlich gedacht, dass der das Ding volle Kanüle losballert. Äh, das ist so schlimm, wenn man das Spiel so lange nicht mehr gespielt hat. Aber zum Glück haben wir eben grad massig Leben bekommen. Von daher... Oh, das war aber auch... Oh, das... Oh, das war ja mit! Oh, das war ja mit! Iupa-